Herzlich Willkommen wieder zurück bei Essence Creed Kassandra. Was steht auf der Agenda jetzt da? Warte mal, was machen wir denn? Schönes jetzt da. Wir haben ja zum Schluss noch mit der Hebamme geredet. Ich glaube ich halt... Warte mal, Quest. Quest ist immer gut, ne? Odyssee. Odyssee, Weltkarte. So, Odyssee haben wir da, ne? Kopfgelder und Aufträge. Aufträge haben wir drei Stück. Das heißt, töte... ah, spadanische... ja, spadanische, ne? Spadanische Schwergewicht. Und griechische Welt. Okay, fünf haben wir da schon gekillt. Zerstöre spadanische Schiffe in der ganzen griechischen Welt. Da haben wir keine Zeit drauf. Das passt sehr gut. Hm, Strateg 3. Der ganzen kriege ich schnell... hm, da kriegen wir eure Kalkum, ne? Oder wie die sagen, äh... ja. Warte mal. Im Winter. Was haben wir da schönes? Bogen haben wir da. Okay, den können wir nur verkaufen. Gleich. Ja. So. Zack. Elm haben wir. Neun. Okay. Fähigkeiten. Haben wir noch einen Punkt, was ich weiß. Sehr gut. Aber da weiß ich noch nicht so recht. Ja, gönnen wir uns, ne? So. Okay. Feuer beschwören, ne? Achso, das ist ein Passiv. Ah, das ist super, das, ne? Ist das auch Passiv? Ne, das ist ja... Aktiv, ne? Obwohl, das verbraucht keine Dings, ne? Adrenalinpunkte. Fähigkeiten. Fähigkeiten zuwäsen. Achso. Was müssen wir doch auswäsen? Ah, okay. Ja. Problem ist jetzt, ne? Was haben wir jetzt da? Da haben wir Gift. Ja, machen wir das da mit dem Rambock. Doch, das mag ich nicht so. Dann ist das, glaube ich, besser. Mhm. Und ja. Du willst da ein Speed? Ach, nö. Das ist der Rudi Carell wieder da. Oh, 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 oh. Wo ist denn mein Kopfgeld? Was hat denn der für ein Level? Neu ist seltener entdeckt. Level 10. Ja. Da. Mitten in die Fresse rein. Lauf, du kleiner Illtes. Ikea. Hey, ich auch. Da hinten. Du wirst mich nicht finden. Hoppala. So, ich sehe nichts. Warte mal. Und gewingen. Ein bisschen Gift haben wir auf ihn. Geht schon los. Zack, zack, zack. Zurück. Warte mal. Was machst du denn da hinten? Du weißt, warum man das geht. So, ne Kacke. Hoppala. So. Ja, nice, Alter. So, mehr da. So. Dann kriegst du die volle Trash-Wash, ne? So. Hoppala. So, da. Bis das eben. Das ist ja flink. Das ist ja flink. Das ist ein Wiesel. Fast wie der Wing Diesel. Hoppala. So. Hau noch mal zu. Komm. So, jetzt bist du fertig gefahren. So. Selbst ist schuld, ne? So. 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 Da müssen wir viel verkaufen. Nice. So. Okay. Da unten haben wir noch ein paar Schuhe. Da haben wir ja richtig wieder abgecashed oder mal... Ja, ich weiß ja auch nicht, ne? Jetzt müssen wir alles mal durchschauen. Boah. So verkaufen, verkaufen, gravieren, verbessern. Boah. Stufe 12 sind wir jetzt, warte mal, das ist nur das schlechteste Teil, das da, ne. Ja, das müssen wir. Das müssen wir einfach, ja, dingsen, ne. Dingsen. Das haben wir. Bronzergürtel. Das hat 20%. Ich kriege einen Schaden. Geil, ne. So, egal. Haben wir noch was Schwaches, hier. Ah, okay. So. Das haben wir noch zum Upgraden, eigentlich. Aber da fehlen uns die, 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 die heute, ne. Leder heute. Komm, hier einen Kakaofen, können wir Kakaofen, was, können wir was kaufen? Ah, warte mal, da. Das hat uns nicht voll geholfen nützt, nur Eisen, Brocken, Oliven, Kling. Da haben wir schon richtig Holz vor der Hütte, ne. So. Wir sehen uns dann. Ja, ja. Warte mal, Meister. So, Inventare. So, oh Gott, bewahre. Hoppala. Ich bin mal zu schnell. Nee. Komm. Inventar. Da. Mit dem rechten Stick, ne. Da kann man anziehen, ausziehen, anziehen, ausziehen. Machen wir mal ohne Helm. Zwölf, zwölf, zwölf. Das schaut gut aus. Da müssen wir noch eigentlich gravieren, ne, in Helm. Komm mal. Das haben wir auch noch nicht graviert. Stufe 13 sind wir auch bald wieder. Ja. Hm, Karsandra, Karsandra, Selv, na, wie soll man da? Ah, okay. Wir sind neue, ja. Wir sind besikten, da. Inventar, wo war es noch? Da. Okay. Ja, das ist aber so langsam, das ganze Zeug. So geil. Das ist so geil, ja. Und ich hätte ja hier eine epische Waffe, hätte ich ja noch. So, ne, auf dem Schiff. So, gehen wir mal Quest gucken. Haben wir hier irgendwas? Keine Ahnung. Wo bin ich denn überhaupt? So. Alle. So. Das ist das Gebiet. Und zu den Typen. 80, solche Dinge, 5, wir haben ja erst. Oh. Oh. 40, 40. Oh, ja, geil. Oh, ja, bogen wäre super, ne? Oh. Das ist der Händler. Das ist der Händler. Was gibt's hier so weit? Oh, ja. Oh, das ist der Händler. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh. Hoppala. Ist ein bisschen weiter weggeparkt jetzt, oder was, Kollegen? Bis mit euch. Schau. Was ist denn da? Interagieren. Ich habe viel gesucht, um eine festgelegene für Dinosaurs vorzubereiten. Warte mal. Warte mal. Gibt es eine Schiffoption? Warte mal, Schiff. Kann da was upgraden jetzt auch, eigentlich? Ja, sicher, ne? Schwer ran. Ein Schiffsrumpf ist wichtig, warte mal. Das geht hier aus, oder? Ja, das nehmen wir. Verbessern. Jetzt haben wir einen Platz dabei. Jetzt können wir noch einen anheuern. Das ist sehr gut. Den da, den legendären. So. Was ist da? Das ist der Rumpf. Okay. Können wir noch mit dem Rumpf verbessern? 30. Müsstung der Besatzung. Pfeile. Verbessern die Pfeile. Wurfspeere. Oph boards. Tja, da steht nichts mehr. Okay. Das wird nicht so gut. Körsen möchte ich sagen. Müsstung der Besatzung. Was ist denn das für eine Art? Die Spanzerung. Sammelschaden. Da haben wir schon zu gewissen. Brandpfeile sind wir jetzt immer besser, ne? So. Sammelschaden. Das würde noch... Ja. Da müssen wir jetzt auch wieder kräftig sammeln. Aber ich schau mal kurz in die Kiste, ne? Da haben wir ja unser Schwert eigentlich, ne? Polen, Schwert. Da. Polen. So. Da haben wir ein legendäres Gegenstand auch. So. Lagern. Müssen wir noch schauen, ne? Und... 게 zu kommen. Zzzzzzzzzt. Das ist alles kapaziert. Ab und zu. So. So. Jetzt alles da rein, was ich noch brauch. So. So, so. Ich spüre. Ablegen. Setzen wir die Segel. Setzen wir die Segel. Versieren wir uns die Nägel. So. Wir sollten das Treibgut fällen. Jo, mach das. Wann wir schon? Jawohl. Wo wollen wir eigentlich hin jetzt segeln? Warte mal. Schatz. Schnellreise. Okay. Zurückziehen jetzt auch. Chief Stock. Laster. Machen wir das. Okay, die wollen stresst, die Jungs. Was ist mit euch, Walter? Gut Stress, oder was ist mit euch? Walter! Wie macht's was, Walter? Denkst du so aus? So, jetzt gibt's eine Plünderparty. So, schnelle Wände. Bereits am Endsatz. Folgt mir und lasst die Füßen. Walter, was ist gesagt? Keine Pfeile mehr, scheiße. Cassandra, was ist mit dir? Du musst schon eine Pfeile machen. So, zack. Ah, der will was mit dir. Cassandra, der da. Das sind Destianer. Hoppala, ich seh nichts. Was ist jetzt los? Alter. Oh, das ist ja. Oh, krampf ist das. Hinten rein, Krötengebein. So. Jetzt gehen wir ernten. Fahrt die Ernte ein. Fahrt die Ernte ein. Fahrt die Ernte ein. Fahrt die Ernte ein. Hoppala. Wo ist denn da schon? Ah, okay. Lasst den liegen. Weg damit. Ich suche. Hey, hey, hey. Oder was? Hoppala. Wollen die da drüben ein Stress? Kommt die hoch, Mädchen. Jeder kämpft fürs Überleben. Bewegung! Mach die Sphäre bereit! Los! Wach schneller! Los! Wollte ich wieder ramen, oder was ist mit dir? Wollen Sie schützen? Einst euch vorreich! Einst euch vorreich! Dann nehmt! Benutzt eure Sphäre! Ay, ay, ay. Burn, motherfucker, burn. Wir müssen da ernten. Oder entern. Ganz gut bleiben. Wurscht. Gehört mir! Hui! Du gehörst mir! So. So, komm wieder. Wir sind die richtige Freibäuter, ne? So, wie ist denn das andere Schiff eigentlich? Schaut's aus, der Schiffszustand ist okay. Passt. Okay. Okay. So. So, kommt's herlau. Wir können aufmachen. Jetzt gehen wir uns los, wieder. Ich komme mir gar nicht mehr zum Stich. Hoppala. So. Ah. Natürlich. Das andere mischt auf. Ihr macht das schon, ne? Jawohl. Sagen wir schon das aus, im Schneckenhaus. Nicht anders. So. Hoppala. Warte mal. Icarus starten. Schauen wir mal. Hat der was irgendwas interessantes da? Da hinten, ne? Da ist was schönes. Schnellreiseort. Da ist eine Insel. So. Hier ist eine Insel, wollen wir nicht. Da wollen wir auch nicht hin. Okay. So. Mit viel Cash haben wir jetzt. Ja, 10.000 noch. Wenn da, haben wir wahrscheinlich nur Müll gekriegt. Ja. So. Krieger schon. Ah, hier. Müll, müll, müll. Okay, da drüben wollen wir hin. So. Erfüllt das Tempo. Tempomat. Wir legen hier an. Was gibt's hier? Macht schneller. Schütten. Bereithalten. Macht langsam. Eierlarm. Eierlarm. Schießwrack. Da. Klar. Da ist noch ein Schatz. Okay. Schauen wir mal. Man redet wohl. Gange ab, bürschen. Wenn wir wieder bei Aachen sind, können wir anziehen. Ja, ja. So. So warten wir's. Kapitän hat die Steuer verlassen. Können wir ein paar Haier fischen. So. Fischi, fischi. Okay. No. Ja, das ist einfach in den Arsch gewesen jetzt. So. Locker, locker. Stehen. Fischi, fischi, fischi hier. Fischi, fischi, fischi. Fischi, fischi. Jawohl. Fischos. Fischi. Ich hoffe, es ist alles safe jetzt so weit. Zwei Schätze. Das ganze Blut. Das ganze Blut. Tut nicht gut. Für uns ein Loot. Warte mal. Schön looten da, die Kiste. einen schönen bogen haben bekommen immer schön ein hellen des ares auftauchen schnuppern schnuppern super super wir müssen kennen da war was was das schon von dort wirklich alles schweigst wenigstens schiff jungs ich habe heute die 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 saloppi was machst du da die 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 das sollten wir auch noch machen ah man 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 da bin ich mach viel arbeiten stein axt schwere klinge es ist nicht so ein ding das ist also langsam aber macht gut stehen mit schnell war ist nicht so flink ein helm haben auch bekommen im des aris weg da also auch nichts im entdecken nur kleine schnecken zum entdecken 12 13 gebiet erweißen somit den ort haben ja schon fast auseinander genommen alles wenn jetzt nur mit drei quäste es noch so gesehen ja bevor wir den ort anfangen oder wo sind die sind nur drei quäste okay machen wir das so jetzt nicht weiter ja dann bis ich mich war irgendwann bot oder wunderschönen wunderschönen eine richtige glanzleiste wie ernsthaft jetzt ich kämpfen will darf ich mich nicht sehen lassen ich muss anfangen ich muss ich aus ihr bodenkontrolle können sie die lage schaut aus was hat denn der eigentlich kiste kiste schaut gut aus dort der loot hier muss irgendwo sein oder ok 1 2 3 4 5 6 7 7 leutchen haben wir hier noch bloß dem blöden ganz wust das klingt nicht gut das ist natürlich noch hingegangen der sandra ausweichen so da sind sie alle aufgebracht warte mal was machen wir denn irgendwie überzeugt mit der eine fähigkeit nicht so richtig die da das ist ein schildbrecher ok mein fehler bewegungen auszumachen überhaupt nicht an die arbeit erledigt das endlich meine augen sind offen dein arsch ist offen alter können wir nicht so unten durchziehen ok hier ist niemand nö nö was siehst du hier kam jedenfalls niemand vorbei ich sehe was was du nicht siehst und das ist braun ok da das kann ich nicht ich nicht Ich mache nie Fehler. Okay. Alle gehen jetzt auf Position. Okay. Der wird schwierig. Ach du Scheiße. Ach du lieber Harry. Ach du lieber Harry. Arschgeil. Hoppala. Wo ist denn der Ausgang da? Verdammt. Ach du Scheiße. Jetzt sind es zwei. Nein. Arnus ist auf deiner Seite. Ich weiß. Ach du Scheiße. Ja. Ja ich weiß. Sie ist nicht in die Länge. Ich muss weg. Leute. Tauchen. 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 Ach du Scheiße. Das war knapp. Jetzt ist die Kacke. Jungs. Die wollen Stress da drüben. Das ist ein Irrverein überhaupt. Warte mal. Kopfkillt hier. Ich weiß. Eieieiei. Wirklich. Zwei sich ne Hardcore Typen. Das ist gar nicht gut. Jetzt sind die alle im Strand. Wie ein Ninja. Zack. Und tschüss. Ich krieg's mich nicht. Ihr schätzt so langsam. Also der sieht mich noch mal. Ich glaub wir würden mal probieren mal was. Kann man denn von hier aus drüber schießen oder so? Wir erwarten Befehle, Kapitän. Oho. Ich brauche die Schütze. Daneben. Brenn das Schiff. Bögen bereit. Daneben. Das ist ja ärgerlich. Wir werden noch nicht warten, Kapitän. Mh. Daneben. So. Tap, tap, tap. Darauf. Oh Mann. Kassandra. Mach doch nicht zu. Das ist auch nicht. Ja, wunderschön. Wunderschön hast du das gemacht. Wirklich. Wir machen nicht zu viel Schaden hier, ne? Wir sind zu weit weg. Obwohl, der könnte ja hier bleiben, ne? Dann wäre es ja besser für mich. So. Hm. Okay. Warte mal. So. Nichts suchen. Zack. Jetzt schmiert. Was gibt's denn da? Was schön ist, ne? Da gibt's ja wieder richtig schönen Loot, ne? Für mich. So. Das haben wir echt gern. Den machen wir fertig, dann. Den drüben, den blöden Arsch, dann. Malaka, komm her. Ich warte auf dich. Chalaka. Was bist du denn da für einer? Bist du so ein Ninja oder so? Komm schon. Klar fahren. So. So, mal lacher. Schön abwehren. Dann ist er keine Aufsicht. So. Was ist denn ihr für ein Ninja oder so? So. Hoppala. Aua. So. Steigen wir gleich auf da. Noch ein bisschen? Ja, noch ein bisschen. So, was ist denn schönes für mich? Hm. Einen epischen Dreizack. Danke, du Arsch. So. Jetzt mischen wir auf drüben. So. Okay. Dann mal den mal lacher da. Ja, ja, komm her. Kieh mal her, du. Nee, Mr. Sexy. Ich sehe alles, was du tust. Hoppala. Ja. Ich sehe alles. Okay. Ich sehe alles, was du tust. scheiße nein auch nicht scheiße wir stellen mir an malaka schakalaka anführer ist tot kopfgeld hier ist wieder unterwegs das habs nicht so schön ist dort in den kisten handschuhe kohle was weiter weiter bist du die wohl die kleppe freien oder und eine blinder party machen da wo ist denn die kiste schnell da hinten haben die schon geblündert dann sind muss an da bediene ich mich gerne damit hier lecker dankeschön ok klingkling was denn was schönes ding klingklingkling hopperl hopperl das andere du musst dich schon richtig anstrengend beim looten Wird draufsteigen auf irgendwas. Da ist noch was. Ja, was für ein Fest, ne? Richtige Blinderparty. So, haben wir es jetzt da? Ich glaube schon, ne? Also, was sagt unser Icarus? Haben wir noch was? Vergessen. Dort hinten wird noch was finden. Okay. Äh. Okay. Mal lakatschalaka. Warte mal. Markieren wir das mal. So. Wir brauchen ja Cash in die Cash, ne? Können wir nicht genug kriegen. So. Über Stock und Stein. Der Weg wird kein leichter sein. So sprach das kleine tapfere Schneiderlein. Cassandrelein. So, besser gesagt, ne? Hoppala. Wir suchen. So. Wir brauchen ja wieder Eisen und so. Zeug. So. Cassandre, sitz. Sitz. Adler für Leak und Sieg. Okay. Eins, zwei, drei, vier. Ja, ist machbar. Komm. Den nehmen wir auseinander. Zack. Okay, die sitzen so schön. Der schläft. Warte mal. Machen wir schnell wieder Nacht. Wir wissen ja auch, mal wieder schlafen gehen. So. Schaut euch ganz anders aus. Warte mal. Mal locker. Uah. Warte mal. Komm schon zu dir. Ja, da, da ist schuld, Alter. Da fisch dich hin. Wärtsch... Wärtschmeister. Los, alle zusammen. Ja, alle direkt zusammen. Du denkst, ich bring dich um. Ich bring dich um, Alter. So, komm her. Komm her, da. Oh, gut. Oh, gut. Oh, gut. Hier, der Schild. So. Zack, bumm, Alter. Der nächste liegt schon. Ich geb's ihm. Einen kleinen Oma-Kitschein. So, komm her. Jetzt hat er geschnetzelt, Alter. Einhydrat, unhydrat. Aus dem Verfahren. So. Machen wir's jetzt. Stehlen. Haben wir da was? Klimpa, klimpa. Ich hör schon. Sehr gut. Die Götter brauchen kein Geld. Äh, Gott. Also, was haben wir jetzt gesagt? Okay. Appala. Was ist mit dir? Okay. Kassandra? Ich habe Feuer gemacht. Sehr gut, Kassandra. Da ist noch was, oder? Ja. Drei Drachmen. Schmeißen wir in den Rachen. So. Ja, und somit haben wir das wieder erledigt, ne? Ich würde sagen, wir nehmen die Insel jetzt in der nächsten Folge wieder auseinander, ne? Okay. Ciao, ciao.